Was Sie sehen, wird Ihnen gefallen. Meine Maschinenpistole hat 8110 pro Schuss und die hier macht 8099 Mindestanz. Ich hoffe ja, dass ich über die 9000 komme. Ich werde erstmal die Blaupause kaufen. So, damit sind meine ganzen Phoenix Credits weg. Und jetzt Fertigungsstation. Da werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen Zeugs... Waffenteile brauche ich 5 und Werkzeug 5. Beides habe ich... äh, nee, Werkzeug brauche ich 3. Also... Werkzeug... 2... 3... Waffenteile... 2... 3... 4... 5... Oh... So weit wollte ich jetzt nicht zurück. So... Jetzt bitte über 9000. Und wir... Wie jetzt? 7762. Bitte was? Okay... Ist scheiße. Ich dachte, 8099 pro Schuss. Das ist Mies. Das ist Mies. Unge- Außerdem... Das ist Mies. Das ist Mies. Und das ist... Das ist Mies. Die Mies. Und... Das ist Mies. Die Mies. Oder mehrere Male. So, 10 haben wir erstmal davon. Davon brauche ich nur 3. Dann werde ich davon auch mal die doppelte Menge herstellen. Oh, wir haben es schon. Okay. Mach was ordentliches jetzt. Spielen 9000. Mindestens. Ah ja, 8342. Die Stabilität wird um 46% erhöht. Okay. Das Eliminieren eines Ziels mit dieser Waffe erhöht die Fertigkeitenstärke für 13 Sekunden um 8%. Dieser Effekt wirkt nicht kumulativ. Das Eliminieren eines neuen Ziels setzt den Timer zurück. Plus 25% kritische Trefferchance. Soll ich es noch einmal probieren? Dass ich mal an die 9000 rankomme? Komm, los. Bitte. Mach. Ah. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Obwohl 22,5% kritische Trefferchance. Mistverdammter. Hä? Hä? Warum hat die mehr SPS? Wieso? Das ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Die Besuchszeiten in der Klinik wurden eingeschränkt. Die neuen Zeiten sind von 12 bis 14 Uhr. 133. Das ist Müll. Das ist so Müll. Ich länge erstmal D. Und D. Die Leibücherei der Operationsbasis bietet um Buchspenden. Falls Sie einen Band besitzen, von dem Sie sich trennen möchten, dann spenden Sie ihn doch. 5000. Schrotflinte. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Okay. Erstmal alles ab. Kompensator. Laser. Erweitertes Magazin. Jetzt sind wir auf 49. 1000 runter. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schon mal etwas besser. 84.000. 89.000. 89.000. Kritische Trefferchance. Und Beretz ist hier unten. Hiermit würde ich auf 91.000 kommen. Boah. 88.000. 89.000. Meine erste High-End-Waffe. Na ja. Bin ich jetzt durch die Mods auf 91.77. Obwohl ich hätte sehr gerne von Standard aus schon über 9.000 gehabt. Aber er hat sich erst mal gelohnt. Ich brauche nur noch einen besseren Rucksack. Aber da habe ich erst die Rüstung aufgewertet. Was perfekt geklappt hat. Und selbst das ist glaube ich besser wie überlegene Rucksäcke, die ich schon mal hatte. Ich brauche jetzt noch hier was mit Modplätzen. Hier und hier. Dann wäre es perfekt. Was haben wir denn hier eigentlich? Die Stabilität wird um 46% erhöht. Okay. Die Stabilität wird um 46% erhöht. In wie viel habe ich jetzt? 33. Also genau wie vorher. Die Stabilität wird um 46% erhöht. Hey, das sollten Sie sehen. Das beste Distrikt. Was soll ich jetzt einfach verkaufen? Ich meine, Talente hatte ich ja sowieso nie. Immer irgendwas gefehlt hat. Elektronik. Tue ich nämlich nicht. Irgendwer hat mir gesagt, dass dieser Bliss tot ist. Endlich! Gratis? Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Das Kommando der Regenbremse für Ihre Geduld. Wie geht's denn? Ihre Unterstützung ist sehr, sehr hoch. Vielen Dank. Kein Rückgabe-Recht. Ja, deine Mutter. Ähm... Wie war das nochmal hier? Was hat das? Geringere Attribute? Hab ich nämlich gerade gesehen. Da könnte ich vielleicht mal gucken, was spezielleres zu bekommen. Hey, woher du denkst du das Auto zu bekommen? Was ist das? 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 Die beste Ausrüstung für die Straße. Nur hier! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab jetzt gedacht, ich will Rucksack, nein. Ich will hier Weste. Kapazität Munition. Wenn das geht. Wenn es nicht schon gemacht wurde. Kommen Sie und schauen Sie! Extra-Tötungs-EP. Glaube ich nämlich nicht. Ich nehme gerne dann Kapazität Munition. 35% Nee, nehme ich! Hör damit. Die Top-Adresse der Stadt, sehen Sie her! Sie hat 320 Rüstung. Sie hat keine Rüstung. Lebenspunkte dafür. Nee, das hat auch Lebenspunkte. Lebenspunkte bei Tötung. Kommen Sie und schauen Sie! Ich würde jetzt gerne wissen, wie viel Kapazität mir das nochmal bringt. Ich habe jetzt hier 600. Ich hatte vorher irgendwas bei 735, ne? Danke, dass Sie Captain Benitez den Arsch gewinnt haben. 810, auf jeden Fall habe ich mehr. Gut, haben wir das auch. Das hier kann ich ja mal ins Lager legen. von dem Fall. Es hieß irgendwann mal. Doch nur irgendwann. Lange nicht gesehen. Bitte nicht. Schlafschatz Munition hatte ich glaube ich nur 104 vorher dabei. Und jetzt habe ich 108. Na ja, so viel hat es auch nicht gebracht. Aber wenigstens sind nicht 80. Na gut. Für mich hat es sich gelohnt. Fürs Erste. Könnte trotzdem besser sein. Irgendwann finde ich hoffentlich nochmal was Besseres. Das High End ist. Aber für den jetzigen Zeitpunkt reicht es. Wo geht es hier zu meinen Gönn? Oder zur Straßensperre? Meine erste High End Waffe. Das ist das Zeug, das Sie brauchen. Dieses Zeug finden Sie nicht an der Basis. Äh, nein. Brauche ich nicht. Wieso? MP-Schaden. Lebenspunkte bei Tötung. Da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen was rausholen. Aber man kann leider nicht alles verbessern. Da kann man nur ein Dings verbessern. Vielleicht sollten Sie nächstes Mal etwas kaufen. Sollte man sich schon gut überlegen, was man verbessern möchte. System neu gebootet. Okay, die haut auch richtig rein. Krass. Okay, die haut auch richtig rein. Aber wo komme ich nie wieder raus? Das ist schade. Okay, die haut auch richtig rein. Okay, das ist ja. Ja. Aber wo geht es? Das ist doch Rass. Oh, schiech, 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 schiech! Ist er tot? Das ist ein Hammer! Aber... Ich mag meine neue Waffe. Einfach weiter Gegner suchen. Ich kann das jetzt nicht mehr die Fasselden hervorrufen. Ich muss nicht mehr die Fasselden hervorrufen. Ich habe keinen Skel aktiviert. Das geht ja gar nicht. Der war ja noch am Aufladen. Trotzdem habe ich gerade den Ton gehört. Boah! Ich erledige Sie mit bloßen Händen! Ich habe schon gesagt, dass ich die Waffe habe. Ich erledige Sie! Leck mich, ich lade nach! 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 Zu viele! Die Nachrichten sind weg! 20 cm! Das war ein Büchleuch! Du, Herr! Was ist denn gleich gekommen, Herr? Ich bräuchte bitte um das Hände! Leck mich, ich lade nach! Das war ein Büchleuch! Das war ein Büchleuch! Die Nachrichten sind weg! Ach, nein! Ich werde nicht mehr. Dann musst du mich. Bein mich, ich werde nicht mehr so wenigstens. Wenn ich es wieder Papa wäre, was? Ich werde nicht mehr. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020